Der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Strommarkt nimmt seit Jahren zu. Auch der Strompreis steigt weiter. Einer seiner größten Bestandteile ist die EEG-Umlage, die sich, korrekt abgerechnet, erheblich reduzieren lässt. Das EEG bietet hierzu verschiedene Möglichkeiten. Zwei davon sind die Energieeigenerzeugung und die besondere Ausgleichsregelung für energieintensive Unternehmen. Als Energieerzeugung gelten die Strommengen, bei denen die Erzeugungs- und die Verbrauchsanlage rechtlich und wirtschaftlich in einem Unternehmen liegen. Des Weiteren ist das Kriterium der Zeitgleichheit entscheidend. Es werden nur die Strommengen anerkannt, die im Betrachtungszeitraum von 15 Minuten erzeugt und direkt auch verbraucht werden. Energieintensive Unternehmen mit einem Stromverbrauch größer einer Gigawattstunde pro Jahr können eine Begrenzung der EEG-Umlage für den Stromverbrauch jenseits dieser Gigawattstunde beantragen. Wenn ihr Energie- und Umweltmanagementsystem zertifiziert ist. Hier kommt die Drittmengenabgrenzung ins Spiel. In beiden Fällen können die Privilegien nur für die Strommengen in Anspruch genommen werden, die vom Unternehmen selbst verbraucht werden. Strommengen, die an Dritte gegeben werden, unterliegen der vollen EEG-Umlage und müssen mess- und eichrechtskonform erfasst und abgegrenzt werden. Seit dem 01.01.2019 gibt es hierzu im Energiesammelgesetz neue gesetzliche Vorgaben. Bis Ende 2021 darf unter strengen Voraussetzungen noch mit Schätzungen gearbeitet werden. Ab dem 01.01.2022 muss ein Messkonzept, das die Daten in 15 Minutenintervallen misst und abgrenzt, umgesetzt sein. Ist dies nicht der Fall, fällt die Umlagereduktion nicht nur zukünftig weg, sondern muss auch für die vergangenen Jahre zurückgezahlt werden. Typischerweise sind folgende Gruppen Teil der Drittmengenabgrenzung. Tochter- oder Schwesterunternehmen, Pächter einer Kantine, externe Firmen als Mieter auf einem Betriebsgelände, Werkunternehmer wie Handwerker und Baufirmen auf einem Firmengelände, Dienstleistungsunternehmen wie zum Beispiel Reinigungsunternehmen, Leasinggeber von zum Beispiel Druckern, Kopierern, Gabelstaplern. Für eine eichrechtskonforme Messung und Abgrenzung sind in energieintensiven Unternehmen mindestens MED-konforme Zähler notwendig. Zur Drittmengenabgrenzung werden Zähler benötigt, die auch eine eichrechtskonforme Zählerstandsgangmessung zur Ermittlung der Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch abbilden können. Für die bei letzteren einzusetzenden Messeinrichtungen ist zusammengefasst Folgendes zu beachten. Zählerstandsgangmessung nach PTBA 50.7, 15 Minuten Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch, Speicherung des Zählerstandsgangs für mindestens einem Jahr, Manipulationssichere Datenkommunikation, alternativ ein in sich geschlossenes Messsystem, Redundanz nach außen abgegebener Daten, diese müssen im Display verifizierbar sein.